Ja, also dann, dann spiel ich's doch. Eins und zwei und drei und vier, es ist Nacht und ich steh wieder vor dieser Tür. Fünf und sechs und sieben und acht, Mensch, was hat die mich beim letzten Mal ausgelacht? Zwölf und elf und zehn und neun, na gut, die ganze Straße hört mich schreien, bei diesem Lärm hätt jeder andere schon zwölfmal aufgemacht. Nicht elfmal, nicht zehn, nicht neun und nicht acht. Mädchen, du zählst mich aus, du treibst mich aus dem Haus, das alles hätt mich kaum geschafft. Erst die Sache mit Paul geht über meine Kraft. Eins, zwei, drei kam mir gleich komisch vor, mein vollgepackter Koffer vorm Gartentor. Sechs und sieben, acht und neun, mit dem Zettel dann da stand, ich sollt mich für dich freuen. Sieben und sechs und fünf und vier, mal schütteln, passen nicht mehr unsere Tür. Zehn und elf und vielen Dank, schon bitte einmal Geld auf unsere Bank. Mädchen, du zählst mich aus, sperrst mich aus dem Haus, hast rücksichtslos dir Lust verschafft. Doch erst die Sache mit Paul geht über meine Kraft, denn das alles trägt an und für sich, wirklich nicht allzu schwer für mich. Doch meine Pianoplatte mit Paul grün, behältst du nur, um mir weh zu tun. Mädchen, du zählst mich aus, spendst mich aus dem Haus, hast rücksichtslos dir einen Plus verschafft. Doch erst die Sache mit Paul geht über meine Kraft, wenn das alles trägt an und für sich, wirklich nicht allzu schwer für mich. Doch meine Pianoplatten mit Paul grün, behältst du nur, um mir weh zu tun. känns in der Schein und Willen in der Stadt. So, passt in der struggles Wahrheit an und für sich, dass er das Label betelly oscill Gott in der Stadt vermkte, betit, dass es da Humphel мерzint ist, was damit auch einmal Medien durchge robi. Für mich brat? Was kann Holz verw trafficking? also思います so wirklich was das Bild.